Du hast getroffen, du Katze. Katze! Komm her! Nicht schwimmen. Boah, wie schnell schwimmst du? Wo rennst du hin? Entschuldigung, ich bin hier hinten. Hier hinten bin ich. Es hat Angst. Nicht getroffen. Schnaps besoffen. Nochmal. Ich hab schon wieder nicht getroffen. Dieses Katzending traut sich hier nicht hin, ich glaub's nicht. Es will sich verstecken. Da hinten ist es. Ich treff es von hier aus doch hoffentlich. What? Frisst das? Treff ich? Ich seh das nicht. Was ist das? Na gut, das ist das. Nö, ich treffe den Tiger nicht. Aber hier ist eine Eisenerzader, die wir sofort abbauen. Hier kennt das während eines Kampfes nicht benutzen. Nö, 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 nö. Oh, Walross. Ein Walross. Ein Walross. Horka? Du trägst so viel. Du kannst nicht rennen. Ich bin zu schwach, um ein Spargegenstände zu tragen. Äh, wir müssen... Ah, Dinge mit euch tauschen. Ich gebe dir jetzt... Steilpfeile, alte Nordpfeile. Äh, nee. Geben. So, da. Nein! Was geht denn jetzt ab? Wie, ist das Spiel schon wieder abgesch... Hä? Was braucht ihr? Warum wagst du rum, Spiel? Ach so. Ah. Ich bin doof. Man muss ja hier bestätigen. Ha, 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 ha. So, weg damit. Kleidung. Ich will doch sicher auch einiges ihm geben. Warum habe ich eine Pelzrüstung mit mir? Hier, kriegst du. Ähm. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Ja. Kriegst du den Ring? Hey, der hat sich hier aufgesetzt. Und du kriegst noch ein Amulett von mir. Mal sehen, ob wir hier ein ordentliches haben. Feuerresistenz brauchst du nicht. Magika brauchst du auch nicht. Das ist meins. Das brauchst du auch nicht. Predekunst brauchst du auch nicht. Tut mir leid, ich hab nichts für dich, Goldie. Naja. Schriftrollen. Könnte ich dir alle geben. Mach ich aber nicht. Essen. Das könnte ich dir allerdings wirklich geben. Das brauche ich wirklich nicht. Weg damit. So. Das reicht aber auch. Ja, diesmal hast du auch die richtige Waffe gezogen. Happy Birthday. Katze. Da ist sie. Und da rennt sie wieder weg. Jetzt rennt sie zu uns. Nein, doch nicht. Jetzt rennt sie wieder weg. Och, komm doch, Katze. Kämpfe wie ein Mann. Auch wenn du ein Tier bist. So, kann ich das jetzt? Nein. Ist doch nicht wahr. Ich will doch einfach nur. Ich will doch nur spielen. Ich tue doch. Wolf. Und noch mehr Erz. Eins. Zwei. Zwei. Ha. Wolfspelz. Sollten wir vielleicht mal zu Leder verarbeiten. So langsam das ganze Zeug hier. Ähm. Wo war jetzt das Ei? Ach da. Uah. Mein Eisenerz. Bau ist nicht so behindert ab. Zahnbecher spielt Counter-Strike Source. Äh, Zahnbecher. Ja, ja, Zahnbecher. Aber wollte er sich eigentlich Zahnbrecher nennen? Fail. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Boah, ich dachte schon, mein Pferd wäre ein Monster. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Ähm. Da. Habe ich schon abgewahrt? Äh. Ich bin verwirrt. Ich bin gänzlich verwirrt. Ich habe das doch gerade eigentlich gar nicht abgebaut. Hä? Na. Lass ihn mal so stehen. Da hinten ist Feuer. Das heißt, da hinten ist... Tiger. Na, das ist aber leckeres Wasser hier, du. Boah, was geht denn hier ab? Geister? Ich speichere mal lieber ab. Wie oft wir jetzt schon gespeichert haben, das ist ja unglaublich. Hoppla, nicht. So, ziehen. Wack von Tel Vos entdeckt. Bandit. Dietrich. Äh. Hat alles Gold geschehen. Verdammt. Ich brauche eine bessere Rüstung als die. Das Fass bietet mir nix. Nein. Ah! Musst du mich so verarschen? Blödes Vieh. Wir nutzen Bratspieß. Ah! Da können wir uns Essen machen. Gebratenes Ziegenwein. Hoka-Fleisch. Und für alles braucht man Salz. Das ist mir einerlei. Äh. Ich bin verwirrt. Ich höre ich höre irgendwie ein Flüstern. Hier sinkt jemand. Wahrscheinlich an dem Feuer dort. Hä? Entschuldigung? Ist hier jemand? Achso. Es sind einfach nur Banditen hier. Ich dachte, das wären... Äh. Wie langweilig. Das ist ja eine Herausforderung für mich. Ach du Scheiße. Du machst so viel Damage. Ich bin noch nicht tot. Das war nur eine Illusion. Das wollte ich jetzt nicht vorlesen. So. Katze. Jetzt traust du dich auch hier hin oder was? Wo bist du? Mein Gott. Wieso macht er so viel Damage? Vielleicht sollten wir uns davor doch erstmal heilen. und die Tore hier knacken. Gold. Zaubertrank der Ausdauer. Jagdbogen und noch ein Bandit gefunden. Wieso sind die hier alle tot? Und warum sind hier so viele Gegner? Ja, dann komm doch. Trau dich. Ach, stand tot. Na, okay. Äh. Es ist mir wirklich ein Rätsel. Und hier unten ist auch nichts. Nun ja. Ich weiß jetzt, dass dort oben einer ist. Also, das habe ich schon mal gut erkannt. Ich glaube, wir machen jetzt das ganze Leder erstmal. Obwohl, das ist Gewicht ohne Ende. Naja. Mist. Erstmal jetzt wieder abspeichern. Und dann stelle ich mich nochmal diesem Typen. Ab woher? Limdren Tevannis Tagebuch. Limdren Tevannis Tagebuch. Was ist das so besonders, dass es in diese Kiste reingepackt wird? Wo ist es? Da. Brainyl, ich hoffe, diese Zeit, welche die letzten Worte eures Vaters darstellen, finden ihren Weg zu euch. Ich habe den Hause Tevalni während der ersten Monate eures Lebens als Amme gedient und wollte die... Oh. Gedient und wollte die Güter eures Vaters vergelden. Ich habe mein Bestes getan, um euch aufzuspüren. Doch leider werden wir uns nie Angesicht zu Angesicht begegnen. Hydra-Olen. Wie lange geht denn das? Oh, das... Nö, nö, nein. Nein, das werde ich ganz sicher nicht vorlesen. Tschüss. Ich dachte jetzt, das wäre was Kurzes. Aber nein, es muss ja natürlich wieder so Bibel-like sein. Wo ist der Penner? Ey, Yoshi, mal keine Macken. Zeig dich, Alter. Hi. Vielleicht hörte ich mir... Er greift an, er greift an. Aua. Er greift wieder an. Hilfe. Er macht so viel Damage. Wo ist es denn? Eichenhaut. Ständiger Schutz. Oh. Äh, Eichenhaut. Das habe ich gesucht. Haia. So. Und jetzt Feuer, Blitz. Genau. Jetzt soll er herkommen. Fuck. Ja, muss ich sie treffen, Alter. Ne, 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 treffen. Nix. Was hattest du für eine... Aha. Eine Zwergenstreitachs. Aber ne, keine besondere. Er hat einfach nur scheiße viel Damage gemacht. Gold. Stahlrüstung und Stahlstiefel. Ein orkischer Dolch. Stahlrüstung und Stahlstiefel. Die sind für Goldier. Wo ist er? Sag mir nicht, er ist tot. Nein, er ist nicht tot. Sehr gut. Yo, Goldier, du kannst wieder aufstehen. Ertrinkst du denn nicht da unten? Steh auf. Du ertrinkst noch. Hallo. Goldilein. Ich bin noch da. Ja, ich habe hier ein paar Dinge, die ich mit ihr tauschen möchte. Ja, ich habe hier einmal für dich... Wo ist es denn das? Da. Stahlrüstung. Nein, jetzt habe ich es mir aufgesetzt. Das ist doch nicht wahr. Zerstörungshaut. Ja, das ist es. Ja. Jawohl. Und die Stahlstiefel. Bitte sehr. Jupp. So sieht es aus. Meinetwegen kann es... Alter. Nimm noch hier die Axt. Was ist los? Naja, ich habe noch ein paar Dinge, die ich mit dir tauschen möchte. Und zwar... Da. Was braucht ihr? Warum ist das so ein hässliches Grau? Ähm... Waffen... Zwergeisen. Nein! Zwergeisen. Streitachst. Da ist er. Jetzt machst du hoffentlich Damage. Da ist eine Kiste. Mit nix. Mit nix. Mit nix. Welch eine schon. Da gibt es auch nix. War aber ein ziemlich kleines Schiff. Oh. Ziemlich kaputzes kleines Schiff. Ähm... Was einfach wahrscheinlich gestrandet ist. Und hier gibt es auch nix. Zaubertrank der Ausdauer höchstens. Eine leere Weinflasche. Aha, die Truhe. Eisenpfeil, Dietrich, Gold, Zauberbuch, Zombie erwecken. Wolle ich nicht. Beziehungsweise doch. Kommt drauf an. Es ist... Nö. Brauche ich nicht. Und hier? Ist hier zufällig irgendwas akzeptables, brauchbares? Kisten. Da geht es noch eine Etage tiefer. Hier ist auch nix. Ne. Gut. Aaaaaah.